Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie interessieren sich für ein Bildungsangebot, das online oder als E-Learning stattfindet und fragen sich gleich, was das jetzt heißt? Ist das live online, also synchron mit anderen? Oder sind es online Lernunterlagen in einem asynchronen E-Learning-Kurs? Oder Sie möchten online an einer Veranstaltung teilnehmen, die weit entfernt von Ihnen stattfindet? Aber wie viel Interaktion wird da möglich sein, wenn sie hybrid stattfindet? Und ist das anders, wenn sie als Livestream übertragen wird? Wenn Ihnen solche Fragen bekannt vorkommen, dann geht es Ihnen ganz ähnlich wie vielen anderen Bildungsinteressierten jetzt. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Seit 2020 hat sich die Online-Praxis verändert, intensiviert und diversifiziert. Und so ein Wandel der Praxis geht oft einher mit einer Bedeutungsverschiebung von Begrifflichkeiten. Ein Begriff bekommt dann eine leicht veränderte oder erweiterte Bedeutung und in dieser semantischen Übergangsphase weiß vorübergehend mal niemand mehr, was jetzt genau mit Begriffen wie Online oder E-Learning gemeint ist oder mit Synchron oder Hybrid oder Livestream. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir im Digiprof-Team auf Erwachsenenbildung.at ein Glossar der Begriffe im Wandel veröffentlicht und jene Begriffe präzisiert, die in der Bildungspraxis momentan am stärksten in Bewegung geraten sind. Wir haben dafür bei jedem Begriff die neueste Fachliteratur herangezogen, aber auch Terminologie-Datenbanken und aktuelle Online-Glossare gesichtet, die etymologische Entwicklung und die Verwendung in einzelnen internationalen Datenbanken recherchiert und sind der praktischen Begriffsverwendung in der österreichischen Erwachsenenbildung nachgegangen. Das Ergebnis hat uns manchmal selbst überrascht. Oder war Ihnen bewusst, wie sehr hybrid und blended begrifflich vermischt werden? Und dass es neben örtlicher Präsenz auch eine Online-Präsenz gibt? Oder dass blended-Learning-Formate oft vollständig online stattfinden? Nein? Dann darf ich Sie herzlich einladen, schauen Sie ins Glossar und lesen Sie nach und finden Sie dort für jeden Begriff eine Empfehlung zur Verwendung in der österreichischen Erwachsenenbildung. Eine gut reflektierte Begriffsverwendung kann wirklich dazu beitragen, den Bildungskundinnen Orientierung zu geben und klar und gut miteinander zu kommunizieren, auch wenn sich gerade so viel verändert.